Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Und, oh. Danke, alle, für mich. Ich weiß, dass es früh ist, aber es ist eine Erkrankung. Ich habe ein Anonymous-Tipp gestern, das was ich erwähnt habe. Es gibt Witches in Fairhaven. Ich wusste es. Ich konnte die Malkontenz sehen. Simmer down, simmer down. Was wir jetzt brauchen ist Informationen. Hat jemand gesehen oder gehört irgendwas... Unnatural? Ich mag die woods, genauso wie Sie. Aber ist es nicht mehr öffentliche Weg zu... Es ist Sophia. Sophia ist die Witch. Ich habe sie gesehen. Oh, nein. Was? Was? Ich habe sie gesehen. 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 Okay, dann konnten wir den Geist auch gar nicht finden, weil er sich erst bei dieser Szene hier offenbart hat. Ja gut, und diese Szene kamen natürlich erst, nachdem wir die Bürgermeisterwahl hatten. Auch Hexen sind ihres Glückes Schmied. Sophias Prozess findet in sieben Tagen statt. Geisthafte Anspannung, sprich mit der Hohepriesterin über die Anschuldigung. Ja, das heißt, im Endeffekt können wir jetzt alles nur... Sind die jetzt noch alle da drin? Die sind noch alle da drin. Im Endeffekt können wir jetzt alles nur... Ja, wenn der rausläuft, ist es okay. Mhm. So kann man es dann auch sagen, ja? Ah, es ist schon heftig, was hier passiert. Nein, nein, nein. Lauf mir nicht weg, ich will mit dir sprechen. Tja, hoffentlich nichts Negatives. Ich meine, die war ja eigentlich immer sehr positiv eingestellt. Ich bin froh, Natalia. Identifizieren die Grundsatz der Probleme in deinem Leben, braucht Courage. Aber was für Sophia? Wenn sie wirklich ein Malkontent ist, oder eine Wälder, um diesen charmernden Termin zu benutzen, dann ist diese Trial besser für sie in der langen Runde. Hm, da wäre ich auch für. Aber ich weiß ja leider, woran es liegt, ne? So, die brauche ich alle nicht. Sie brauche ich... Ups, schon. Mhm, na, Hexen gibt's nicht, genau. Ist sie nicht rausgelaufen eben? So, witch trials. Do they happen a lot here? They do, unfortunately. But the last trials were a century ago. Someone accused one of my great, great, great aunts of hexing some pickles. But she wasn't even a witch. She just didn't keep a very clean canning station. In her accusers defense, botulism probably does feel like getting hexed. Oh, je. Mit ihr können wir auch sprechen. Are you feeling okay, Natalia? Sure, sure. Just grateful, I saw what Sophia was up to. It's a shame. I really liked her. Goes to show that anyone can be a malcontent. Nee, das beweist nur, dass ihr alle voll einen an der Klatsche habt, Leute. Ähm, er war... Er war 100%, oder? Ich guck nochmal kurz, aber sprechen können wir trotzdem mit ihm. I ate at Sophia's diner all the time. And Giacomo and I were really good friends before he passed. I don't see her being a malcontent. But I've also known Natalia a long while and... She wouldn't just make something like this up. She's got no beef with Sophia. I don't know. Wow. You think, Witches, Malcontents, could they be real? Hexen vielleicht, Querulanten sind ne Erfindung. Now, I can't say I know Natalia well. But I can't imagine how anyone could have a quarrel with Sophia. She's the nicest lady I know. Present company excluded. Ja. Ähm, und im Gegensatz zu ihr bin ich ja eine Hexe. Mm-hmm. I can't believe Natalia's tossing around accusations of witchcraft. And don't think I didn't notice that she's part of Otto's friendly neighborhood watch. Mm-hmm. Malcontents and Witches are the same thing. I can't believe I never made that connection before. So you believe in Witches, then? Yeah. And they're really, really dangerous. Be careful, Terra. Ja, genau so schwachsinnig hat's ja leider zu Hitlers Zeiten auch angefangen. Moment, mit euch beiden hab ich schon gesprochen, mit dir noch nicht. Was? What? Der Bürgermeister selber in der Nachtwache? Das kann mir aber sonst wer erzählen. Das glaube ich dem noch nicht. Ja, wenn man das so nennen kann, ne? Ach, ich mein... Ach so, die Kinder sitzen hier schon drinnen. Ich mein, es konnte ja keiner wirklich was dafür, dass der Geist ausgebrochen ist. Das konnten wir ja nicht ahnen. Und nicht schlecht. Hallo, ich hab doch gerade auch gesagt, dass sie unschuldig ist. Das heißt, würden die da auch was drüber sagen? Definitiv. Aber Gut und Böse liegen immer im Auge desjenigen, der es ausspricht, ne? Oder wie war das? Hm, nicht nur praktisch. Es kann auch, äh... Nicht lebensgefährlich, wollte ich gerade schon sagen. Es kann auch, ähm... Ja, lebenswichtig im Endeffekt sein. Also lebensbeschützend, wenn man so will. Ne, das ist nur eine Blume. Ja, ist Shelby da? Und wenn ja, hat er schon was davon gehört. Das würde mich jetzt interessieren. Vorher interessiert mich allerdings die Alraune hier noch sehr. Ähm... Shelby? Ja, ist da. Naja, so jung ist er jetzt auch nicht mehr, ne? Ich würde mal sagen, 40 ist der mindestens, der Bürgermeister. So, nur zwei Sachen heute, die wir einsammeln können. Na gut. Dann werde ich aber auf jeden Fall... Das hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon gemacht. Also, beziehungsweise in der Folge nicht, meine ich. Sondern so privat... Privat hört sich doof an. Ähm... Offline sozusagen. Hatte ich das gemacht. So, Moment. Mit ihm haben wir gesprochen. Vielleicht können wir hier auch nochmal mit unserer Großmutter sprechen. Ja, das sieht gut aus. Dann nehmen wir heute den Schwarzkümmel. Ja, was sind hier eigentlich so viele Tauben auf dem Friedhof? Schrecklich. Mit Cameron habe ich ja schon gesprochen. Achso, sie ist einfach abgehauen. Genau. Genau. Amira, how do you know so much about Wraiths? Or is... Is Jin more correct? They are the same. Jin is just the word I learned first. My ex, Sahar, had a reputation. The good kind. She was the most talented witch in Teheran. I accompanied her while I was an initiate. And I saw how firmly Jin latch on to the fear they find within people. Okay. Heißt dann, dass die... Ah, mit ihm haben wir auch noch nicht gesprochen, genau. I know, Natalia is possessed by a Wraith. But can I spit in her drink? Just a little? Er ist einfach nur cool. Den hätte ich doch nehmen sollen. Den hätte ich doch heiraten sollen. Aber ich will halt meinen Werwolf haben. Also da kann man mir leider auch nichts anderes einreden. Das tut mir wirklich leid. Ähm, wir gehen jetzt nochmal kurz hier unten gucken, ob wir hier irgendwas einsammeln können. Ich denke mal, da ich sowieso hier im Highspeed unterwegs bin und auch nicht Angel oder ähnliches, können wir das in dieser Folge nochmal drin lassen. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht zu lange ist, was wir dann, ja, heute Abend im Endeffekt machen. Ähm, mit Thomas hatte ich... Doch, mit ihm hatte ich, glaube ich, auch nochmal gesprochen, ne? Ich meine, kann sein, dass er noch drüben ist, im Rathaus oder irgendwo sonst wo auf dem Weg. Oder er läuft gerade hier rum. Doch, mit ihm hatte ich gesprochen, ja, ja. Ähm, da ist nichts. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz schnell. Ach, hei, stimmt ja. Ich muss auch noch meine Tiere füttern. Ich schaue mal eben ganz kurz mit euch, ob hier noch irgendwas ist, was wir aufsammeln können. Unkraut, da freue ich mich sehr drüber, auch wenn sich das gerade nicht so anhört. Aber das liegt in erster Linie an meiner Stimme. Weil ich irgendwie heute, ja, sehr, äh, stimmlos nicht, aber mit komischer Stimme aufgewacht bin. Das ist ein bisschen, ja, blöd. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme wirklich so extrem hört. Oh, Moment. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ähm, oh, da müssen wir aber nochmal neue holen. Weil ich brauche ja genügend Trauben, um meinen zukünftigen zu bezürzen. So. Die müssen wir einmal gießen und wir müssen einmal... Ne, 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 ich will die gießen, ich will die nicht rausholen. So. Ach so, genau. Und ich habe vergessen, nochmal neue Blumen zu holen. Ich wollte da ja auch nochmal neue Blumen reinmachen, damit das überhaupt funktioniert. Also mit dem, ähm... Ähm... Na, mit dem Honig. So, dann machen wir die auch nochmal schnell voll. Und bevor ich das jetzt wieder vergesse... Es tut mir leid, Kitty, dich können wir nochmal kurz streicheln. Aber bevor ich das jetzt wieder vergesse... Wird ich nochmal eben neue Blumen kaufen. Das ist ja... Da müsst ihr ja jetzt nicht unbedingt dabei sein. Kaulbarsch und eine Grille. Okay. Ähm... Ich werde nochmal neue Blumen kaufen. Wird hier oben auch nochmal schnell gucken, was ich noch so finden kann. Wird meine Tiere nochmal füttern, weil ich weiß halt nicht, wenn ich das jetzt überspringe, ob die dann, ja, tatsächlich krank werden. Direkt nach einem Tag, wo ich es übersprungen habe oder so. Und ja, wenn ich das erledigt habe und auch nochmal... Obwohl... Äh... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn ich da in die Feenwelt gehe, dann hole ich euch auf jeden Fall nochmal hinzu, vorsichtshalber. Weil es kann ja sein, dass die auch über diese Bürgermeister... Äh, nicht über die Bürgermeisterwahl. Äh... Es kann sein, dass die auch über diese Situation sprechen, ne? Dass sie halt als Hexe beschuldigt wurde und so. Deswegen, da hole ich euch auf jeden Fall nochmal wieder. Und dann schauen wir mal gemeinsam, ob die da noch irgendetwas zu sagen oder eben nicht. Ja, ich sag da mal einfach, bis gleich. Was ist mit Natalia? Sofia? Sofia is no bruja. I speak from experience here. Um, you do? I don't want to get into it. But trust me, Sofia is not a witch or a malcontent or whatever Cameron wants to call her. We have to do something. What's the point of having magic at all if we don't use it to help that poor lady? I use my magic to help all the time. But I help creatures, not humans. Humans destroy each other. It's all that makes them unique. Ahem. As the only one of us who used to be a human, let me say that isn't true. Humans are afraid of what they don't know. But so are the Fae. We're not different. And I can't hole up here, watching Sofia suffer. Say you help her. What if you're discovered? Hmm? What if you transform? Interfering with human affairs does more harm than good. I would know. But you're... Wait, wait, can't... I just... How drac... I don't like this. Petty and I are hundreds of years old. We've seen scads of witch trials. Never ends well. And as the senior members of Ravenwood Hollow, we're breaking this tie. No interfering. Oh, well. Poor feathers. How much of that did you hear? Enough to get the gist. No helping. A decision I have to abide by. Technically. But if there's anything you need. Wow. Thanks, Wesley. That's very generous of you. Oh, Wesley. Ja, ich wollte eigentlich gerade noch gesagt haben, dann schauen wir mal, ob die was dazu sagen. Und dann kam diese Sequenz direkt rein. Ähm, ich würde dir gerne vorher noch ein Gesch... Was ist das denn? Wieso steht da so ein vegan Zeichen oder sowas dran? Was ist das für ein Quatsch? Hä? Oder muss ich denn irgendjemanden geben, der nur vegan isst oder was? Keine Ahnung. Das habe ich dir eigentlich mitgebracht, mein Liebster. Und ich kann mich nur wiederholen, lese mir doch einfach daraus vor. Ja, neue Bekanntschaft. Wir sind besser geworden. Immerhin etwas. Das. Okay... Das wäre natürlich doppelt schlecht. Ja, meistens diejenigen, die in Anführungszeichen unter ihnen stehen. Moment, sie war auch da. Ich hoffe, sie hat auch geöffnet. Ja, sehr schön. Ich fühle mich einfach so schlecht für Sophia. Und ihre Tochter auch. Um ihre Nachbarn für Jahre und Jahre zu vermitteln und dann auf dich zu vermitteln. Ich wünsche Giacomo noch hier, damit er seine Mädchen zu schützen könnte. Ja. Ja, dann haben wir alle von hier auch durch. Auch wenn das jetzt kein gutes Ergebnis war. Dann würde ich sagen... Ich schaue nochmal kurz rein. Moment. Sophias Prozess ist in sieben Tagen. Da können wir ja so noch nichts machen. Sprich mit der Hohepriesterin über die Anschuldigung. Das müssen wir natürlich dann nachts machen. Äh, ja gut. Und die Hochzeit. Die haben wir schon fast wieder vergessen, weil die ist so lange schon angekündigt. Da ist wahrscheinlich eh erstmal die nächste Zeit nichts passiert. Keine Ahnung. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal rüberlaufe in den Wald. Da erstmal ein bisschen vorspule. Und ich hole euch dann gleich wieder hinzu, wenn es Abend ist und wir zum Zirkel gehen. Bis gleich. So, dann wollen wir mal zur Krisenberatung gehen. Das sollte nicht destabilisieren die Wellspring so profoundly. Something strange ist going on. Wie können wir Natalia zurückgehen, was sie gesagt hat? Das hat mir zu einer Freundin von mir als ich ein Juni war. Banschung ist die einzige Möglichkeit, um eine Wraith zu finden, für gut zu machen. Das ist kompliziertes Magik. Well, kompliziertes Problemen sind für kompliziertes Magik, nicht wahr? Wir brauchen etwas Natalia hat mit ihren Händen gemacht. Next, etwas, 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 eine Memory, dear zu ihr. Und wir brauchen eine Sapphire zu capturen, die Genie, und Fennel Seed Powder, zu bindet. Fennel Seed Powder? Wenn du ein Fennel hast, kannst du es auf in deinem Mortar und Pestel geben. Kann ich nicht einfach die Seeds, die sich nicht auf den Fennel geben geben? Nonsten. Wir brauchen fresh Seeds, von fresh Fennel. Novus, kannst du diese vier Dinge gather? Ich werde mein best. Bring the things that hold a part of Natalia, Etwas, was sie mit den Händen hergestellt hat. Gut, das könnte jetzt theoretisch alles in der Schmiede sein. Und was sie, ähm, wie hat er das gesagt? Also ja, ach so. Persönlicher Gegenstand. Moment. Sie hatte am Anfang, glaube ich, was erzählt, dass sie ihren Hammer von ihrer Familie irgendwie geerbt hat. Kann das sein? Ähm. Die Frage ist nur, wie kriege ich den Hammer? Da müsste ich ja schon quasi... Ach so, so vier habe ich. Quasi nachts einbrechen. Können wir das? Das ist jetzt die große Frage. Können wir da nachts einbrechen? Schauen wir nochmal kurz, ob die noch was Neues sagen. Ja, ähm, das sollen wir ihm dann bringen? Okay. Hm. Kein Problem, also kein Problem weiß ich nicht, aber ich gebe mein Bestes. Tja. Ja, das mag natürlich alles sein. Geil, jetzt ist die Frage. Steht jetzt hier wieder irgend so ein Schlauberger rum und beobachtet, dass ich im Wald war? Ich könnte natürlich auch mit dem Besen zurückfliegen. Oh, Thomas ist da. Vielleicht sollte ich wirklich mit dem Besen zurückfliegen. Ähm, Moment. Dann machen wir... Was ist denn jetzt? Das bin ich, ne? Ach, man sieht wieder nichts. Das sieht so geil aus und man sieht nichts. Okay. So, die Frage ist jetzt, wo sie geht. Ich gehe mal hinterher, so ganz unauffällig. Die Frage ist jetzt, kommen wir da... Jetzt könnten wir es theoretisch aufmachen. Jetzt ist sie allerdings da. Allerdings, sie geht jetzt nach hinten. Kann ich das schon wagen? Ich hoffe, sie ist jetzt nicht da. Da ist der Hammer. Können wir auch noch andere Sachen mitnehmen? Hätte das sein können. Okay, okay. Das ist zumindest super gelaufen. Dann ist allerdings die Frage... Moment, haben wir jetzt... Ähm... Wo finde ich denn neue Samen? Wenn wir... Hier haben wir Samen. Haben wir jetzt Fenchelsamen bekommen? Zumindest habe ich das jetzt so verstanden. Aber das sieht nicht so aus. Das sind ja alles... Komplett andere Sachen hier. Hm. Die hat mir doch was in die Hand gedrückt. Habe ich tatsächlich keine Fenchelsamen? Gegenstände. Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Moment. Wir schauen jetzt mal kurz erstmal beim Beet. Machen wir uns hier jetzt noch ein Beet hin. So. Und dann gucken wir mal, ob wir da jetzt eventuell... Aber da haben wir auch noch immer keine Fenchelsamen. Wenn ich wieder klatsche, stört euch bitte nicht dran. Dann liegt das wieder mal da dran, dass... Äh... Ja. Hier wieder eine Fliege. So ganz blöd. Ach nee, es ist noch nicht fertig, ne? So ganz blöd vor meinem Gesicht herum eiert. Hm. Was könnten wir denn noch... Machen? Wahrheitsblicktrank. Geisterflamme. Haben die nicht eben was davon gesagt, dass wir... Ähm... Achso, dann machen die aber wahrscheinlich diesen Trank, oder? Moment. Ähm... Wir brauchen noch einen Eisenbarren. Das... Gut, das kriegen wir dann später. Magisches Pulver. Du kannst es mit Mösser und Stüssel herstellen. Ja, das ist... Oder hab ich jetzt... Moment. Oder hab ich jetzt die Fenchel bekommen? Eventuell Knochenmehl, Fenchelpulver. Ach... Nee, ne? Das ist Fenchel? Echt jetzt? Ich hab echt gedacht, das wär was anderes. Das hatte ich ja vorher schon. Ja, klar. Fenchelsamen. Oh... Echt jetzt? Jetzt muss ich aber nochmal eben gucken, wie viel ich davon überhaupt brauche. Also, sechs... Oh, sechs Tage. Okay, das wird aber sehr, sehr knapp mit den sieben Tagen hier. Da steht aber nicht drin, wie viel wir brauchen. Ich denke mal, dass wir nicht viel brauchen. Aber ich werde trotzdem... Wirklich zur Sicherheit... Werd ich da nochmal eins anpflanzen. Ich weiß auch nicht, was wir bekommen haben. Keine Ahnung. Ähm... Es kann sein, dass wir drei oder vier vielleicht... Schon drin hatten. Also, Päckchen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, also für heute war das sehr viel Aufregung für mich. Und endlich wieder richtig geil von der neuen Folge her. Und alles an einem Tag. Ich musste noch nicht mal was schneiden. Deswegen würde ich einfach mal glatt behaupten, dass wir uns jetzt auf ins Bettchen machen. Und dass ich dann... Also, dass wir uns dann am nächsten Tag im nächsten... In der nächsten Folge wiedersehen. Nicht im nächsten X-Play. Das wäre ein bisschen viel. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Am I ready for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren. Bis dann. Am I.